Gott sei Dank bin ich nicht reich. Das ist die letzte Zeile, die ich als Manager hören will. Wir sind gerade am Videodreh, Herr Reckfresh. Ich bin Obi. Checkt das Video aus. Gott sei Dank bin ich nicht reich. Spaß. Ok Leute, Tag 1 vom Videodreh zu Gott sei Dank bin ich nicht reich. Wir sind in Duisburg angekommen. Heute ist die Studioszene, die Barackenszene nenne ich es mal. Und draußen, könnt ihr schon unschwer erkennen, ist Lukas Czodalic. Gerade angekommen, wirklich ewig gefahren, dreimal Stau gehabt. Aber ey, egal. Egal, egal, egal. Wir müssen kreativ sein, weil wir hier ein Klavier ausgeliehen haben. Warum? Werde ich euch sehen. Wir müssen jetzt diese Introszene machen. Ja. So, also wir bauen jetzt das Klavier auf. Für die Szene im Tunnel, die nicht geplant war. Aber vielleicht ganz geil wird. Soviel dazu machen ist das Klavier. Ok, ich fahre mal vor. Yes. Ok, jetzt werden wir das. Okay. Ja, wir machen das. Hol das. Was muss das verstehen? Was ist das? Bescheid? Ja, ich wache los. Mach mal die beiden außen weg, also die äußeren. Oder hinter das Klavier. Nee, nicht hier. Ach so, du filmst. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Das Leben ist entspannt, das Porten ist leicht, ey. Ich hab's nicht beklang'n, dann musst du mir was leid, ey. Ich hab kein Club an deinem. Ja, und bei der Scheidung sag's dir nicht. ich hab's 20.000 hier, 100.000 da, bei Juna geht's's klar. Ich bleib' unter dem Ladein. Weißt du? Weil du das die Klosern durchziehen. Die fahr' raus, gell? Yes. Ich kann mal fragen, wo ich klinge. Ja. Wann er weg, du? Ja, komm. Komm rein. Ja, da fühlt man schicken Stücken raus. So, was willst du sagen? So, hi, mein Name ist Filomi. Wir drehen gerade ein Musikvideo. Ja. Und wir bräuchten noch eine Villa. Vielleicht irgendeinen Raum nutzen könnten für eine Porträtarbeit. Ja, die Haus, ich würd schon sagen. Auch nicht ein Raum. Das ist die Haushälterin? Das ist die Haushälterin? Ja. Die haben keine Kohle im Haus. Wahrscheinlich beide. Wahrscheinlich gar keiner da. Die haben keine Kohle. Ja, klar. Jetzt zuerst mal. Sollen wir das jetzt was machen? Ja. 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 Ein bisschen traurig gucken. Man kann's ja nicht fröhlich weggehen. Ja. Ja. Wir haben's nicht bekommen. Ja. Wir haben's geschafft. Ja. Was war los? Schwierig. Ich glaub das war die Haushälterin. Was hat die gesagt? Es war zum Warmwerden. Nein. Auf gar keinen Fall. Hat die gesagt. Es ist jetzt so. Das war relativ locker. Ja, ich wollte nur fragen. Ja, das ist ja kein Problem. Wann hattest du sie denn mich raus? Ja. Erklär nochmal kurz wo der Unterschied zwischen Millionär und Milliardär ist. 3-0? Ja. Für wen? 3-0 mehr hat der Milliardär. 3-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Tusch passiert oder was? Tusch passiert. Kein oder? Leiter. Egal. Weiter. Noch ein Versuch sagst du? Hallo. Hallo. Mein Name ist Genobi. Wir machen eine spontane Aktion. Wir wollten uns ein Video reden. Hoppala. Und, äh. Wolltest du fragen, ob wir irgendwas an einem Windgriff hier sehen können? Äh. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Vielleicht ist es eine schickte Ausdruckerase oder irgendwie sowas. Einfach nur sowas. Wir haben keine Kohle. Wir machen so einen Witz draus. Die Nummer ist ganz lang für dich begreift. Ein ironisches Ding. Wir haben eine Schick. Aber, ich muss auch mal eine Schick. Na, woher? Das ist alles verschrieben. Und wir können uns hier was rausmachen. Schöner Rauch, ein bisschen ins Bad drücken und sowas. Geil. Rauch siehe. Okay, also auch leer okay? Geil, dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen was drin sind. Okay. Für die Sonne. Da ist er eigentlich nicht mehr reingegangen. Das ist hier. Dann kommt mal rein. Ja, der kommt rechts rein. Bobby, weißt du es jetzt gerade? Jetzt geht es an den Oldtimer, den Kaffeewagen. Zumindest die Ansage. Ist keiner? Das ist ein bisschen zurück. Dann bin ich dann wieder weg. Hm, zweiter Riss. Geht ab, sagst du? Jupp. Das Leben ist entspannt, mein Portemonnaie ist gleich. Ist geil zu geil, wenn die Heizung streikt. Nein, ich zeig dir den Banker kurz frei. Zwei Tage später sagt mein Gerst an wird bar. Lila, blau, grün, braun, es regnet. Lila, blau, grün, braun, nichts landet auf der Bahn, nichts landet auf der Bahn. Und jetzt hast du dich hier in so eine Bude auf so einen Balkon reingequatscht. Yes, wir sind drin. Im Millionärspitel in Düsseldorf, kein Problem. Für Jan, wie nur wie in Echo Fresh, kein Problem. Für Frank Florentz an der Kamera, kein Problem. Kurz geklärt, ein Handruf. Eine Klingel. Eine Klingel. Hier haben wir Can, geiler Typ und Kameramann. Zwinker mal. Let's go. What would you wear with the E-Models? Sie haben uns entspricht, man braucht man nicht gleich. Sprechung bleibt in der Bahn. Ja, ich sage mal, ob du die Verbanding bringen, weil die Nieder aufgemacht haben. Hier, blau, grün, braun. Hier, blau, grün, braun. Hier, blau, grün, braun. Danke für die Fahrt. Warte mal. Du hast den Gamerika. Du findest ja so aus. Geil. Geil. Du hast den Gamerika. Du hast die Verbandingel. Du hast den Gamerika. Hier, du hast den Gamerika. wie gut das keiner weiß, jackpot seit dann, dem geht das fast seit dann nur man nie mehr Probleme, wir sprich beim Robob wie aus der Seele schau doch, färts, fass ne kaufsame Welt, damals fass schon ich nicht bei jungen Gold für das Geld und schütz in den Medien, wasser wohl? Wohle? Wohle, wo hab ich was ab? Ich hab gut, oder? Ja, nee, wie sein Schwein, okay? Bist du mir, woire ich? Was muss ich noch nicht machen? Nein. Hi. Jo. Okay, du bleibst da. Und bitte. Und go. Dicke, wir wollten ein Video machen. Durchschluss im Hyatt, Bro. Ich bin nicht ganz so viele Millionärer unterwegs. Ah, hier bist du. Und wenn ich weggehe, dann kannst du besser reingehen. Wenn du vor der Tür stehst, ist das komisch auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du dich schon reinschreibst. Ton ab. Und go. Dicke, wo warst du den ganzen Tag? Wir wollten zusammen machen. Ey, sorry, ich hatte voll viel zu tun und so. Unten da Mercedes, der Weiße. Ja. Da steht die Tür offen. Keine Ahnung, Bro. Überhaupt nicht so so. Ich bin jetzt bis jetzt. Tadam. Okay. Bobby. Mhm. Mhm. Uh, du. Passt grad nicht. Ist grad ganz schlecht. Ich hab grad total gestretzt um die Ohren, ja? Gut? Gut. Wir sind durch. Wir sind durch. Ey. Passt halt übrigens auf türkisch Kuchen. Es gibt da so ein türkisches Sprichwort. Wow. Die muss ich erst mal bearbeiten. Digga. Pappnase, was sagt ihr zum Thema Fußball? Manche kennen sich weniger aus, manche mehr. Mhm. Echte Liebe. Da gab's noch einen Voxer, die ist wahre Liebe. Ja. Ja. Und der hab ich mehr geglaubt. Genau. Das geht ab, was geht ab. Echo Freezy und mein Bro. Ich bin nur wie am Start. Check das Video aus von uns beiden. Gott sei Dank bin ich nicht reich. Jetzt.